Mit dabei sind Maus Mana, zu meiner rechten und zu meiner linken Tarzan. Mana, you made it straight to the semi-finals in the ESS Summer Masters. What are your expectations? I want to win. Okay, okay, that sounds good, short statement and what are your expectations Tarzan? I want Mana to win. Okay, let's start. No, no, when you think back of the tournament, what was your, what do you remember? What are your, yeah, your memories? I only remember that I lost to Lowly 2-3 in the first Qualifier Finals. That's all I remember. And that was bad? No, it was okay. Okay, so but now you made it and in the final is MTW Demarga waiting for one of you and what do you think? I want to revenge for Assembly Summer. So I want to win versus Tarzan and then have a revenge with Demarga. Yeah, he told me that you had some very, very close games on Assembly and if you do it, I'm pretty excited about that. And Tarzan, what can you tell them? I mean, I've had Demarga once win the finals because, you know, my TVZ is really bad and he wants easy wins, so I don't know. Okay, so I think we can get started. Big applause for both of the players and then we can start. Gabi consonants. Beautiful. Very very happy. Absolutely. Thank God. Wir sind fast bereit. Marla muss noch kurz sein Headset checken. Tarzan hat ein kleines Problem damit, dass er kein Deutsch versteht. Wir können also auf dem Screen switchen und dann loslegen. Marla kann sagen... Oh! Wow! Marla kann zumindest ein paar deutsche Worte... Tarzan... Okay. Wir starten einfach. Ich denke, beide sind ready. Der Countdown kann starten. Ein polnisches Duell sozusagen zwischen Tarzan und Marla. Und der Countdown läuft. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Einen dicken Applaus nochmal für die Spieler, die sich jetzt hier hochkonzentriert ans Werk machen werden. BO3. TSL, TSL, Crevasse als erste Karte. Danach Loser's Choice. Und ich freue mich auf dieses Matchup. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Tarzan hier performen wird. Er hat einiges versprochen sozusagen. Ich bin gespannt, ob er das umsetzen kann, was er mir versprochen hat. Und falls er das kann, werde ich im Nachhinein nochmal sagen, was er mir versprochen hat. Bei Mana bin ich eigentlich eine relativ solide Leistung gewohnt. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Er hat jetzt hier einmal ganz kurz ein bisschen abgefailed mit den Probes. Das kann passieren. Drunken Taran, you wanna say. Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Links unten haben wir auf dieser Karte Tarzan. Und rechts unten haben wir Maus, Mana. Vier-Spieler-Karte. Rechts oben und links oben sind die anderen beiden. Startposition und Tarzan mit dem freundlichen Stoppelt. Beide sind aber noch am Lächeln. Soweit ist alles gut. Okay. Tarzan, könnte ich mir vorstellen, bringt auf jeden Fall... Die beiden machen mich fertig. Ja. Wir schauen mal. Also Tarzan wird, denke ich mal, mit einem Reaper starten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell eine Banshee sehen werden. Und auf der Seite von Mana bin ich eigentlich ein solides Macro-Play gewohnt. Beziehungsweise einen etwas konservativeren Style. Mal sehen, ob er eventuell hier mal was anderes zeigen wird. Die Karte hat auf jeden Fall eine gute Möglichkeit auf eine weitere oder schnelle Base. Eine schnelle zweite. Beziehungsweise daraus resultierend eine schnelle dritte. Weil die erste hier sehr einfach zugänglich ist. Gleiches gilt natürlich auch für den Terra. Oben wird gescoutet. Mana erstmal in die falsche Richtung. Ich denke aber auch, Tarzan eventuell erstmal mit dem falschen Riecher. Gate wird jeden Augenblick fertig. 17 Supply auf der Seite von Maus Mana. Und dann, denke ich mal, sehen wir relativ schnell den Core hinterher. Orbital Command standardmäßig bei 16 auf der Seite von Tarzan. Erster Marine ist draußen. Scouting wird hier also nicht ganz so leicht. Oben sehen wir die Probe auch erstmal noch nach Top-Left wahrscheinlich, um dort Hallo zu sagen. Danach ist dann natürlich klar, wo die Reise hingeht. Aber auch Tarzan hat seinen Gegner hier noch nicht gefunden. Core läuft. 21 Supply aktuell. Schauen wir mal. 18, nee 16 sind es hier. Das ist ein bisschen unscharf auf meinem Mund. 16 zu 20 haben wir im Arbeiter-Account auf der Uhr. Protoss hier mit einigen Chrono-Boosts auf dem Nexus. Jetzt der erste Chrono-Boost auf das Gate, um sich hier tatsächlich den ersten Stalker schnell rauszuholen. Um eventuell noch das Scouting zu den einen von Tarzan. Natürlich ist es wichtig, den ersten Stalker früh draußen zu haben. Twilight Council hinterher. Und das steht ziemlich weit hinten drin. Da darf man mal gespannt sein, ob das irgendwie so ein kleiner Tease werden soll. Das ist schon relativ versteckt. Ob Tarzan das so direkt sieht, ist noch unklar. Der bringt auf jeden Fall erstmal eine Expansion. Triple Barracks ist dann das Mittel der Wahl, um sich auch hier gegen den frühen Push vom Toss behaupten zu können. Wird jeden Augenblick fertig. Hier die erste kleine Auseinandersetzung mit dem SCV. Und er kriegt es tatsächlich auseinandergepflückt. Das ist immer so ein bisschen bitter. Man möchte das SCV eigentlich so früh nicht verlieren. Tarzan hat so gut wie keine Informationen. Außer die Info, dass da ein Stalker draußen ist. Und also ein Core steht. Aber ob hier eine weitere Base gebaut wurde. Oder ob Mana eventuell schon einen Carrier am Start hat. Was weiß ich. Ist immer relativ schwer rauszufiltern. Wenn man nicht das erste SCV zumindest ansatzweise rüberkriegt. Und das war sehr gutes Timing da von Mana, der den Stalker da in die Mitte schickt. Predicted da so ein bisschen den Weg von dem SCV. Und liegt damit auch Gold richtig. So, das zweite SCV ist fertig. Die Mules kommen raus. Zwei Stück sind aktuell draußen. In kam dementsprechend ganz gut beim Terra. Ja, das Reaper Opening hat Tarzan sich dann doch verkniffen. Bunker wird befüllt. Ja und wie gesagt, die Base ist so sicher hier oben. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Man muss lediglich diese Choke hier bewachen. Man hat hier sogar noch eine zweite Rampe. Die man eventuell nutzen könnte. Falls es hier mal eng wird. Und auf der anderen Seite ist Mana dabei. Jetzt seinerseits die Expansion rauszubringen. Er entscheidet sich jedoch für die etwas. Ja, für die Variante, die ein bisschen mehr greedy ist. Er will ja auf jeden Fall ein bisschen mehr minen können. Der Unterschied zu dieser relativ sicheren Variante ist nämlich. Tatsächlich, dass hier ein Patch weniger ist. Tarzan aber jetzt auf dem Weg. Erster Marauder ist mit dabei. Robotic Facility kommt. Und tatsächlich hat Maus Mana hier oben den DT-Tag durchgezogen. Da kommen die ersten DTs Richtung Main Base vom Terra. Ein SCV nach dem anderen wird natürlich jetzt hier auseinandergenommen. 26 zu 35 der Worker-Count. Zweiter DT geht direkt oben rein. Und da muss Tarzan alle seine Worker jetzt zu Hilfe nehmen. Weil die Armee natürlich hier komplett aufgehakt ist. Beide oder beziehungsweise der Pylon und die DTs. Und das ist ein super bitterer Warp-In hier von Maus Mana Tarzan mit großen Problemen. Die ganze Armee kommt noch nicht mal in einem Stück hier wieder heilen. In die Main Base aktuell ist es auch ein bisschen kompliziert mit dem Scan. Sehr, sehr wenig Energie auf den CCs. Und ja, der DT kann sich hier natürlich ganz elegant durchschnetzeln. Und das ist sehr, sehr bitter die Situation gerade. Das eBay wird leider nicht fertig. Tarzan zunehmend mit Problemen. Ich bin gespannt. Ein Science-Vessel wäre jetzt eine coole Sache. Leider gibt es das hier nicht. Er müsste sich einen Raven holen. Leider ist der Reaktor gerade am Starport dran und die Situation kritisch. Und da kommt auch das GG hinterher. Schöne DT-Tag hier von Maus Mana gegen Tarzan. Wie sich jetzt natürlich die Map aussuchen darf. So, wir schauen kurz, welche Karte der gute Mann will.